ja liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem nächsten rennen und geht weiter nach australien in zwei nach 426 strecken stehen an das ist relativ kurzes ding das heißt wir machen da 22 draus das wird mich jetzt so das heißt heute drei rennen morgen drei rennen und tanja da hier bräuchte vor allem ein neues auto sechs minuten elf fliegt und zwar die heutige part wahrscheinlich länger während der gittige so ich nicht ich habe mir konzentrieren jetzt gerade ist die kurze weniger ich hätte das ja mittlerweile bei meinem Dirtletplay, dass ich mal sehr wenig quatsche. Schön da in den Busch da rein. Wunder durch Senke. Rechts auf, überwunden. Links 4, macht zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 60. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, lang macht auf. In offener Kehrer, rechts, runter. Vorsicht, rechts 2. In links 3, nicht schneiden. In rechts 4, links 2, 60. Nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Links 6, rechts halb, überwunden. Nicht schneiden. Rechts 2, über 80. Links halb, überwunden. 80, durch Tor. Kuppel, Senke. Rechts 3, überwunden. 80, durch Senke. Ein bisschen abschalten, haben wir jetzt rausgeholt gerade. Rechts 5, lang, nicht schneiden. Achtung, Kuppel, gleich Sprung. Rechts 5, links schneiden. Rechts halb, überwunden. 80, Achtung, überwunden. Links 2, 60, durch Senke. Links halb, überwunden. Rechts 6, nicht schneiden. Links 4, macht zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 60. 80, durch Senke. Vor- und Kuppel, rechts 5, in links 6, 80. Unter 10, durch Senke. Links halb, überwunden. Vor- und Langsdruck, 60. Durch Tor. Kuppel, Senke. Rechts 3, überwunden. 80, durch Senke. Kuppel. Ja, das war klar, dass ich da jetzt irgendwie noch... Links 4. Vor- und Achtung, rechts 2, überwunden. In rechts 2, nicht schneiden. 80, durch Senke. Links 5, 200. Senke rechts, 5, Kuppel. Kehre links, weg. Achtung. Bist du Zeit verloren? 4 Sekunden. In links 5, überwunden. 80, durch Senke. 100. Mittig halten, überwunden. 100, durch Senke. Dreckzeit, überwunden. Links 4, macht zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 80. Links 6, rechts halten, überwunden. Nicht schneiden. Rechts 2, 80. Links halten, überwunden. 200, links 6, in rechts 2, lang. 60. Links 5, 6. Links 3, lang, macht zu, überwunden. Rechts 3, lang, macht auch überwunden. 6, rechts 5. Rechts 5, rechts 5. 80, durch Senke. Links 2. In links 2, überwunden. Nicht schneiden. In rechts 4, durch Tor. Rechts 6, in links 5, überwunden. 80, durch Senke. 100. Links 6, rechts halten, überwunden. Nicht schneiden. Rechts 2, Kuppel 80. Links halten, überwunden. 80, links 3. Nicht schneiden. In rechts 3, nicht schneiden. In links 2. Links halten, überwunden. 100, durch Senke. Mittig halten, überwunden. 80. Rechts 4. In links 3, nicht schneiden. In rechts 4, macht auch. Links 2, 60. Nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Mit sich halten, überwunden. Boah, Alter. Das ist nicht schön, ich konzentrieren. Das ist nicht einfach, weil die Wetter vor allen Dingen. Rechts halten, überwunden. Rechts 3, 60. Nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Links 6. Rechts halten, überwunden. Nicht schneiden. Rechts 2, Kuppel 80. Links halten, überwunden. 80, links 3. In Kuppel rechts 3, nicht schneiden. In links 2. Links halten, überwunden. 100, durch Senke. Mittig halten, überwunden. Mittig halten, überwunden. Also ein bisschen jagen wir jetzt hier gerade mal durch. Rechts halten, überwunden. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3, in rechts 4, macht auch. Nicht schneiden, links halten, überwunden. Bis Ziel. So, dann haben wir den ersten Teil. Schon mal durch. Rechts 3, links zu Marschung. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut. Gut gemacht. giant Pfeil. Doch Emily. Wir sagen. Gut gemacht. Groß sondern Omega 연�igi wherever 、、 wir hier so das war teil 1 der nächste teil ist um einiges kürzer nämlich gut die hälfte auf jeden fall 4,4 kilometer schmerz an so dauert sich für einen kleinen moment bisher die alles hochgeladen bisher jetzt geladen macht ihr keine sorgen um die äußerlichen beschädigungen 5,4,3,2,1 los links 5, nicht schneiden, links 4, mach zu, links schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden, 60, links halben, hochgeladen links halben, überfl assuming die hinten rechts dreht быть ach so ja aber also 4 sek galera denke ich Bevor die jetzt sie durch ist. Schreie. Achtung. Links 4. Überpuppe. In links 1. Rechts halten. Überpuppe. Rechts 3. Nicht schneiden. In links 2. Macht auf. Entoppe. Kehre. Rechts. Links 6. Rechts halten. Überpuppe. Nicht schneiden. Rechts 2. Überpuppe. Links 2. Überpuppe. Achtung. Links 6. In rechts 5. Achtung. Links 3. Innen halten. Verhängt sich. Rechts 2. In links 4. Kuppe. Nicht schneiden. Mittig halten. Überpuppen. Und dann durchsenken. Rechts halten. Überpuppen. Rechts 4. Nicht schneiden. In links 3. In rechts 4. Macht auf. Nicht schneiden. Kuppe. Rechts 4. Nicht schneiden. Und Achtung. Links 2. Verhängt sich. Kuppe. Rechts 3. Innerhalb. Nicht schneiden. In links 5. Nicht schneiden. Nicht schneiden. 100. Die Wassertemperatur steigt. Achtung. Bremsen. Auf der Kehre links. In rechts 2. Macht zu. Nicht schneiden. In links 3. Nicht schneiden. Rechts 4. In links 3. Nicht schneiden. In rechts 4. Macht mauern. Links halten. Überpuppen. Bis zielen. Okay. Fahr zum Marsch. Dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht! So, gut. Gut, dann geht es weiter mit dem letzten Teil jetzt. Das Wetter könnte sich verschlechtern, denkt daran. Was? Klaas. Klatsch. Alles zurgesetzt. Anrucks. Nichts steigen. Und rechts 4. Rechts 6. DIN links 5 über Kupke. 80 durchsenken und abbrechen. Links halten über Kupke. Vorsicht rechts eins. In rechts 4 über Kupke. Kupke rechts 4 nicht steigen. Und nach links 2 verlinkt sich Kupke. Rechts 3 hinten halten rechts steigen. Das habe ich aber selber bis hin zuzuschreiben Okay, man hat sich hier erledigt mit der Runde Da haben wir mega viel Zeit verloren, das werden wir auch verlieren Boah, Alter, was was für ein Wetterverdingung ist Ja, der ist eh durch in dem Ziel, das ist die scheiß Reifen weg, sagen wir jetzt Jetzt geht es wieder Wir sind 37 Sekunden Rückstand, ja gut, in die 30 Sekunden Sonst wären es halt nur wirklich 2 Sekunden Am Ende sind wir auf Platz 38 abgestürzt Okay, der Marshal hat bestätigt, dass wir keine gute Platzierung erreicht haben Das können wir besser Definitiv Aber diese 30 Sekunden haben wir dann halt kaputt gemacht Aber wichtig ist es für erste Saison am Ende nur Gut, den zweiten Teil sehen wir uns dann in der nächsten Folge an Nämlich morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock habt Bis dahin und auf Wiedersehen Ciao, bei Let's Play.4